Hallo und ein ganz herzliches Willkommen zu unseren Sounds zur Kräftigung des Körperfells und des Immunsystems. Diese Sounds sind folgendermaßen zu nutzen. Der erste Sound hilft dir, dass du deinen Körper überhaupt öffnest für das Licht, das in deine Zellen hinein muss und dass du deine Zellen entlastest, so dass der Stress direkt rausgeht, der dort drin ist, so dass der Zellstoffwechsel wieder besser funktionieren kann. Der zweite Sound hilft dir, Licht richtig in die Struktur hinein zu geben und deinem Körper den Impuls zu geben, dass er direkt aus sich selbst heraus auch Licht produziert. Das heißt, deine Zellen in der DNA, die richtige Menge Bio-Photon produzieren, so dass ATP-Generationen, also Adenosin-Dryphosphat, das Benzin des Körpers, das Benzin des Lebens überhaupt erst da sein kann. Und dann der letzte Sound, einfach um den Körper in die Mobilisation seiner Abwehrkräfte, seiner Resilienz hineinzubringen. Du wirst merken, dass diese Resilienz, diese Abwehrkräfte nicht nur mit den körperlichen Dingen zu tun haben, sondern auch mit deiner mentalen Einstellung, mit deinen Erlebnissen, die du im Alltag hast, weil das Ganze fließt zusammen. Ich wünsche dir ganz viel Freude dabei. Genieß es. Ich wünsche dir ganz viel Freude dabei. Ich wünsche dir ganz viel Freude. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020